Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Manga-bezogenen Video zu Attack on Titan, bei dem wir uns heute mal wirklich mit einem Charakter beschäftigen wollen, wobei nicht einem Charakter, sondern genau dem Charakter, nämlich dem Protagonisten von Attack on Titan und das ist Eren Jäger. Ja Leute, wir reden heute über ihn und seinem Weg, den er hinter sich gebracht hat, den Weg, der über viel Blut gegangen ist, über viel Leid gegangen ist und auch bis zu dem Punkt, den wir aktuell im Manga kennen. Das Ganze hier wird natürlich auch Manga-Content beinhalten, der aktuellen Kapitel, deswegen seid ihr gewarnt, falls ihr nur Anime-only sein solltet, vor allem dann, ihr könnt natürlich gerne dranbleiben. Wir schauen uns hier wirklich mal nach und nach die ganzen Sachen an, denn Eren Jäger gilt nicht umsonst für viele als absoluter Held und Protagonist in Attack on Titan, besonders natürlich für Zuschauer, welche bisher nur den Anime gesehen haben. Erens Rolle innerhalb der Geschichte von Attack on Titan hat sich jedoch unglaublich gewandelt, vor allem vom glänzenden Helden der Menschheit zum Feind der Menschheit in gewisser Hinsicht. Doch wie kam es überhaupt dazu? In diesem Video schauen wir uns hier Stück für Stück den Werdegang von Eren an, was waren die Schlüsselereignisse in seinem Leben und wie haben diese ihn dann auch verändert. Ich habe auch eine Menge Arbeit in dieses Video hier gesteckt und würde mich daher sehr, sehr freuen, wenn ihr das Ganze hier mit einem Däumchen nach oben bewerten könntet, auch einen Kommentar da lassen würdet und vielleicht sogar abonniert, falls ihr das nicht schon getan haben solltet. Das Ganze hilft, Leute, auch Teilen hilft. Ich will es nur nochmal hier gesagt haben. Aber genug davon, Leute. Schauen wir uns Eren doch jetzt erstmal genauer an. Ich habe dieses Video in mehrere Eren Parts unterteilt, so nenne ich es jetzt einfach mal, so damit wir die verschiedenen Etappen von Eren auch genau erkennen. Beginnen tun wir hier mit Part 1. Der Drang nach Freiheit und die Hingabe zur Wut. Eren eben bis zu dem Moment, wo er zum ersten Mal bewusst zum Titan geworden ist. Schon der kleine Eren hatte, bevor die Titanen durch die Mauern gebrochen sind, einen Wunsch. Den Wunsch nach Freiheit und die Welt außerhalb der Mauern. Und dieser Wunsch war so ausgeprägt, dass er bereit war, sich dem Aufklärungstrupp anzuschließen. Neben dieser Tatsache war er schon als Kind nicht verlegen, sich gegen Menschen zu stellen, welche seine Träume oder Ideale belächeln. Er hat sich da auch mit anderen Kindern geprügelt, wie wir ja schon gesehen haben. Der Durchbruch der Titanen hat Eren aber nochmal ein bisschen bestärkt, was den Freiheitsdrang angeht. Es brachte Errens Ansichten jedoch noch einen weiteren Faktor hinzu, nämlich den Faktor Hass. Der Hass und die Wut auf die Titanen war ab diesem Moment der primäre Antrieb für Eren. Er wollte natürlich seine Mutter rächen, welche vor seinen Augen von einem Titanen gefressen wurde, was ja letzten Endes der Smiling-Titan oder der grinsende Titan gewesen ist. Dieser Hass und gleichzeitig der Freiheitsdrang ließen Eren zu einem guten Soldaten heranwachsen. Seine sozialen Fähigkeiten in Bezug auf Freunde finden, waren natürlich durch seine Sturheit und auch einem Hauch Arroganz nicht sonderlich gut ausgeprägt. Gerade Joe Kirstein war jemand, mit dem Eren zu Beginn überhaupt nicht gut klarkam. Dennoch wollte Eren die Titanen mit allen Mitteln ausräumen. Seine Machtlosigkeit gegenüber den Titanen wurde ihm dann wieder vor Augen geführt, als der kolossale Titan erneut die Mauern einriss. Eren konnte ihn nicht töten und musste wieder zusehen, wie die Titanen Menschen fraßen. Dieses Mal sogar seine liebgewonnenen Kameraden. Auch hier ließ sich Eren wieder von seiner Wut leiten, welch ihn letztlich sogar in den Magen eines Titans beförderte. Wäre der Titan hier nicht so faul beim Kauen gewesen, dann hätte Santa Claus vielleicht der Protagonist von Attack on Titan werden können. Durch sein Ziel, jeden Titanen ausrotten zu wollen, verwandelte sich Eren dann aber schließlich das erste Mal in den Attack-Titan und lief komplett amok. Mit Erens erster Verwandlung endete auch gleichzeitig ein Teil von Eren. Er war nun nicht mehr ein Mensch, ein Junge, welcher die Titanen ausrotten wollte. Nein, ab hier wurde er selbst zu einem Titan und zu dem, was er eigentlich ausrotten wollte. Und somit gehen wir dann auch zum Part 2 von Erens Charakter rüber, nämlich die Hoffnung der Menschheit. Nachdem Eren realisierte, dass er in Wirklichkeit ein Titan geworden war, fürchtete er sich auch sogar ein bisschen vor sich selbst. Er hatte zudem versucht, seine Adoptivschwester Mikasa umzubringen, was nochmal etwas mit ihm gemacht hat, als er vor Gericht war. Klar, er konnte letztlich seine Titanenkraft kontrollieren und das Loch in der Mauer schließen, doch war er nach wie vor ein Gefahrenfaktor für die Menschen innerhalb der Mauern, die ja so gar nichts über die Titanenwanderer gewusst haben. Woher kam Eren also? Wieso konnte er zu einem Titan werden? Die Menschen trauten ihm einfach nicht. Und vielleicht traute Eren sich sogar selbst ein bisschen nicht. Was jedoch besonders nach dem Eintritt in den Aufklärungstrupp klar wurde, war, dass Eren sich als etwas Besonderes ansah. Er war ein Mensch, der zum Titan werden konnte und diesen sogar steuern konnte. Mal besser und mal schlechter. Erwin Smith sah sogar in ihm die potenzielle Hoffnung der Menschheit. Und das gab Eren den Mut und auch einen gewissen Antrieb in dieser ganzen Situation. Doch war Eren nach wie vor grün hinter den Ohren. Er wusste nicht, wann er welche Entscheidung zu treffen hatte. Er verließ sich immer noch zu sehr auf das Vorgehen und die Entscheidungen anderer. So verlor er dann auch erneut Kameraden, die er gerade erst lieb gewonnen hatte und kämpfte gegen den weiblichen Titan. Wut war der Trost, den er immer wieder gefunden hat zu diesem Zeitpunkt. Er ließ seinen Zorn frei hinaus und das nicht nur einmal. Der Verrat seiner Freundin, Anni Leonhard, war für ihn auch kaum realisierbar in diesem Moment, dass er es immer noch nicht fassen konnte, sich nicht verwandeln konnte, als letzten Endes offenbart wurde, dass Anni wirklich der weibliche Titan gewesen ist. Doch die Wut gab ihm hier wieder die Freiheit, die er so gesucht hat, wodurch er in der Lage war zu handeln. Vielleicht zum Teil blind, aber immerhin konnte er dann hier in diesem Moment agieren. Das alles setzte sich auch in Staffel 2 fort, da der Verrat von Rainer und Berthold nur durch seine Wut und seinen Hass kompensiert werden konnte und er sich auch ein bisschen wie ein kleines, stures Kind verhalten hatte. Das machte ihm ja auch klar. Rainer war wie ein großer Bruder für Eren, ein Vorbild. Und doch wurde er von diesem verraten. Er wollte das Ganze nicht wahrhaben, doch die Realität holte ihn wieder mal ein und die Wut löste erneut seine Ketten, wodurch er in der Lage war, seine ehemaligen Kameraden zu bekämpfen. Auch als Eren zufälligerweise entdeckte, dass er Titanen kontrollieren kann, gab ihm das ein starkes Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Er war der Held dieser Geschichte und das war auch unübersehbar, auch für die Leute um ihn herum und für ihn. Doch seine Wahrnehmung sollte sich dann im Verlauf von Staffel 3 und dem Uprising Arc nicht nur für den Zuschauer, sondern auch ganz besonders für Eren ändern. Und so kommen wir auch zum dritten Part von Eren, nämlich Niemand Besonderes. In Staffel 3 bringt der Charakter Rod Reis und viele Offenbarungen bezüglich der Titanenkräfte Eren zurück auf den Boden der Tatsachen. Rod erzählt Eren nämlich, wie Eren überhaupt zum Titanen werden konnte und was sein Vater damit zu tun hatte. Die Wahrheit, dass Errens Vater das Chaos innerhalb der Mauern mit zu verantworten hatte, da er die königliche Familie aus dem Gleichgewicht gebracht hatte, ist für ihn sehr verwirrend gewesen und auch beängstigend gewesen. Eren erfährt, dass er seinen eigenen Vater gefressen hat und so von ihm die Titankräfte erhalten hat. Auch der Diebstahl des Fauning-Titans und das Ermorden von unschuldigen Kindern durch seinen Vater bringen Eren immer wieder ins Zweifel. Begrönt wird das alles noch, als Eren erfährt, dass er kein königliches Blut hat und somit auch nie den Fauning-Titan richtig kontrollieren können wird. In diesem Moment ist Historia die Heldin und die Erlöserin in Errens Augen. Er bittet Historia sogar, dass sie ihn frisst, dass sie sich in einen Titan verwandelt, ihn frisst und somit die Kraft wieder bei der in Anführungsstrichen richtigen Familie ist, der Reichsfamilie ist und sodass so die Sünden bzw. die Fehler seines Vaters hier etwas gerade gerückt werden können und die Menschheit innerhalb der Mauern gerettet wird. Eren erkennt hier, dass er scheinbar nur irgendjemand ist, niemand Besonderes. Er ist zu diesem Punkt ein auswechselbarer Charakter und für ihn könnte jeder andere diese Rolle besser oder zumindestens gleich übernehmen. Doch die Frage, die sich auch hier schon stellt, ist, ob er überhaupt etwas Besonderes sein muss. Oder noch besser, ist er vielleicht gerade so besonders, weil er niemand Besonderes ist? Klingt total seltsam, oder Leute? Was Eren erst später so wirklich erfahren wird, ist, dass, wenn er königliches Blut hätte, er die Kraft des Fauning Titans sowieso nicht frei nutzen könnte, sondern der Sklave des ersten Königs innerhalb der Mauern geworden wäre. Jetzt schauen wir uns aber den vierten Part an, diesen habe ich der wahre Feind genannt. Ja, der sogenannte Return to Shiganshina-Arg lässt Eren trotz all seiner Schwächen und Fehler seines Vaters erneut Mut fassen. Er hat eine Rolle zu spielen, die aktuell nur er ausfüllen kann. Die Rückeroberung der Mauern. Ein erneuter Kampf gegen Rainer und auch der verlustvolle Kampf gegen Berthold und seinen kolossalen Titan stehen hier natürlich im Fokus. Eren zögert hier auch nicht mehr. Er versucht, der Menschheit ihre Welt innerhalb der Mauern zurückzugeben und das gelingt ihm ja letzten Endes auch. Dass Eren hier auch fast seinen besten Freund Armin verloren hätte, war ebenfalls ein Faktor, bei dem Eren an seine emotionalen Grenzen gegangen ist. Doch allen Umständen zum Trotz überlebte Armin und Eren bekam seinen Willen. Der Keller stand nun bevor und die Wahrheit über die Welt offenbarte sich, als die Bücher von Grisha Jäger gelesen wurden. Eren erfuhr, wer sein Vater wirklich war, woher er kam und was er getan hatte. Auch wurde Eren klar, dass die Titanen, welche er so hasste und verachtete, nichts weiter waren als leidende Opfer. Sie waren bzw. sind Menschen seines Volkes. Und plötzlich sah Eren sie in einem ganz anderen Licht. Nein, er sah die ganze Welt in einem anderen Licht. Er verstand trotz der Bücher seines Vaters noch nicht, weshalb die Menschen außerhalb der Mauern ihn und sein Volk so sehr hassten. Seine Vorstellungen von Freiheit wandelten sich ab diesem Punkt. Zuvor waren es die Titanen, die ihn innerhalb seines Käfigs festhielen. Doch in Wahrheit war es scheinbar die ganze Welt, welche ihn festhielt. Wie könne er also wirklich frei sein? Vielleicht nur, wenn er den Feind hinter dem Ozean ausrottet? Und somit gehen wir hier zum fünften und finalen Part von Erens Entwicklung über. Ich vernichte die Welt, die mich vernichten will, ob ich es will oder nicht. Am Ende von Staffel 3 küsst Eren die Hand von Historia und bekommt dabei Visionen aus der Zukunft durch seinen Attack-Titern. Er sieht, was geschehen wird und seine Sicht auf die Dinge verändert sich hier erneut grundlegend. Sein Blick, seine Art und Weise, immer wieder werden diese sich weiter verändern. Er wird steriler, er wird ruhiger. Er versteht hier schon, dass die Welt ihre Ansichten über die Eldia und die Menschen innerhalb der Mauern nie ändern wird. Die Vorurteile und die Geschichte lassen das Volk der Eldia, zu dem Eren auch gehört, nicht los. Während der vier Jahre Timeskip versucht Eren jedoch noch, sich vom Gegenteil zu überzeugen zu lassen. Er folgt den Worten von Armin und Hanji. Er gibt der Welt eine Chance zu zeigen, dass man auch ohne Gewalt und mit Dialog ein friedliches Ende haben kann. Doch Eren wird wieder und wieder enttäuscht. Er sieht Stück für Stück, dass die Dinge aus seinen Zukunftsvisionen zutreffen. So trifft er auch den jungen Ramzi, für wessen Tod er später verantwortlich sein wird. Auch sieht Eren mit eigenen Augen, dass die Welt auch ohne die Eldia Krieg führt. Dass der Krieg zwischen verschiedenen Völkern unausweichlich scheint. Dass es Flüchtlinge und Leidende überall auf der Welt gibt. Auch Krieg, Diskriminierung und Hass liegen in der Natur des Menschen. Wie Dot Pixis bereits in Staffel 1 gesagt hatte, werden die Menschen entweder zusammenhalten, wenn es einen großen, gemeinsamen, unbesiegbaren oder unverkennbaren Feind gibt. Oder wenn es nur noch einen einzigen Menschen gibt. Eren realisierte für sich selbst auch, dass die Menschheit sich nicht ändern wird. Und dass die Zukunft, die er durch seine besondere Fähigkeit des Attack Titans gesehen hat, sich nicht ändern wird. Sie ist für ihn fest in Stein gemeißelt. Und somit ließ Eren seinen Hass und seine Wut hinter sich. Und entschied sich, das zu tun, was er aus seiner Sicht zu tun hat. Wie er auch schon zu Rainer sagte, niemand ist schuld, jeder tut das, was getan werden muss. Eren verrät zumindest scheinbar seine Kameraden, bringt sie im Liberio-Ghetto ins Gefahr und ist zur kompletten Zerstörung der Welt, wie sie aktuell ist, bereit. Er will mit den kolossalen Titanen aus den Mauern die Menschheit außerhalb der Paradiesinsel ausrotten und niedertrampeln, da die Welt nicht bereit war, ihn und seine geliebten Menschen in Frieden leben zu lassen. In Erens Augen sind für die Menschen in der Welt die Eldia Monster und werden es auch immer bleiben. Egal, was Armin, Hanji und Co. auch für diplomatische Mittel auffahren wollen würden. Daher entschied sich Eren, seiner blutigen Freiheit zu folgen und genau dieses Monster zu werden, für das die Welt ihn hält. Eiskalt und ohne Gnade, nur nach vorn und nie zurückschauend, so scheint es zumindest, doch Eren leidet auch unter seinen eigenen Taten. All das Grausame, was er tut, tut er nicht aus Freude oder absoluter Überzeugung. Das sieht man ganz besonders, als er sich beim jungen Ramzi entschuldigt und das nicht nur einmal, sondern oftmals, da er dessen Tod verschulden wird. Er tut all seine Taten, weil es der Weg ist, welcher ihm vorbestimmt ist. Eren, der so die Freiheit anstrebt und liebt, ist ein Sklave des Schicksals und der Zukunft, welcher er in seinen Visionen als Attack Titan gesehen hat. Tragisch durch und durch. Somit wurde Eren von der Hoffnung der Menschheit zur vorübergehend austauschbaren tragischen Figur und letzten Endes zum großen Feind der Menschheit, welchen die Ketten des Schicksals schon immer fest im Griff hat. Erens Weg ist in Manga-Form aber auch noch nicht abgeschlossen, Leute, und daher könnte es sein, dass ich in einem späteren Video nochmal genauer über das ganze Thema hier reden möchte. Wie findet ihr diesen ganzen Werdegang von Eren, den ich hier gerade aufgelistet habe? Würdet ihr irgendwas noch dazu packen? Habe ich irgendetwas Wichtiges in euren Augen vergessen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich finde, Eren ist ein unglaublich guter Hauptprotagonist und auch ein sehr tragischer Hauptprotagonist und besonders gegen Ende geht das viel mehr auf. All die Taten, all das, was passiert ist über die vergangenen Staffeln, ergibt immer mehr Sinn und bekommt ein viel größeres Gewicht, wenn man das Ende von Attack on Titan betrachtet. Wenn man den Werdegang, den Attack on Titan nimmt, hier betrachtet. Schreibt mir eure Meinung zu dem Ganzen gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich, wie gesagt, schon freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Däumchen nach oben bewertet, kostenlos abonniert oder sozialen Medien abcheckt. Würde mich wirklich freuen, Leute. Ja, das war eine Menge Arbeit hier. Mein Hals tut gerade weh. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch wie immer einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns spätestens im nächsten Video wieder. Kuss geht raus.